Satanische Lügen über die Taufe von Olaf Latzel Ich beziehe mich auf ein Video einer Bibelstunde von Olaf Latzel vom 14.09.2019. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Minute 2 Taufe sei ein Sakrament. Indem man es Sakrament nennt, macht man sie zu einem Ritual, zu einer Zeremonie, einer Liturgie, einer religiösen Handlung. Was ist die Taufe aber in Wirklichkeit? Die Taufe ist nach Apostelgeschichte 2, 38, einer von vier Schritten der Bekehrung. Sie folgt nach der Buße eines Sünders und dem Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus. Auf die Taufe im Wasser durch Untertauchen folgt die Taufe mit dem Heiligen Geist durch Handauflegen. Was ist die Taufe in Wirklichkeit? In der Buße stirbt der alte Mensch. Mit der Taufe im Wasser wird der alte Mensch begraben. Die Taufe kann folglich nur bei Menschen erfolgen, die Glauben und Buße getan haben. Eine Babytaufe ist bereits hier offensichtlich eine tote Zeremonie, weil ein Baby weder glaubt noch Buße tun kann. Warum muss der alte Mensch sterben? In Römer 6 und 8 wird die Freiheit in Christus erklärt, die Freiheit von der Sünde. In Römer 7 wird erklärt, wie es aussieht, wenn man aus eigenen Kräften versucht, die Sünde zu überwinden. Ohne den Heiligen Geist, ohne die Furcht des Herrn, ohne ein von Gott verändertes Herz und veränderten Geschmackssinn geht es nicht. Und Buße und anschließende Taufe bewirken genau diese Veränderung, dass der alte Mensch beerdigt wird und wir in Christus neu auferstehen. Es ist ein tiefgreifendes, lebensveränderndes Ereignis. Doch die Kirche macht es erstens zum Sakrament, das heißt für jeden verfügbar, ob er glaubt oder nicht. Zweitens, ob er bußwillig und bußfähig ist oder nicht. Und drittens, ob er gottsuchend und demütig ist oder nicht. All das wischt Pastor Latzel und seine Kirche zur Seite, indem er dieses wichtige Bekehrungsereignis zum Sakrament macht. Minute 3 Er versteht nicht, dass Buße vor die Taufe gehört, denn dann wüsste er, dass man Babys nicht taufen kann. Er gibt dem Taufwasser oder der Zeremonie die Aufmerksamkeit und nicht der Buße gegenüber Gott. Die Buße lässt den Menschen erst sterben, die Taufe ist nur das Begräbnis. Minute 3 Nicht die Taufe lässt uns der Sünde sterben, sondern die Taufe ohne die vorherige Buße bewirkt gar nichts. Minute 3 Hier versucht Olaf Latzel nun die Verbindung zu Gott nachträglich herzustellen, indem der Mensch anfängt zu glauben und seine Taufe als vollzogen anzuerkennen. Minute 4 Die Babytaufe säubert den Menschen, obwohl ein Baby noch gar keine Sünden begangen hat. Minute 4 Olaf Latzel sagt, dass der getaufte Sünder bleibt. Da er ja nicht biblisch getauft wurde, ist der alte Mensch auch nicht in Christus gestorben und damit die Sünde weiter mächtig. Minute 5 Olaf Latzel verknüpft die Taufe mit dem ewigen Leben, obwohl die Taufe als Teil der Bekehrung gerade mal der erste Schritt ist, um in die Nachfolge Jesu zu kommen, an deren erfolgreichem Ende des Lebens als Überwinder das ewige Leben steht. Um die Babytaufe zu verstehen, muss man an die Anfänge zurück. Es begann alles mit einem falschen Bild von Gott. Wir leben in einem gerechten Universum, wo jeder nach seinen Werken seinen Lohn empfängt. Die einen das ewige Leben mit Gott, die anderen die ewige Trennung von Gott. Und die Babys, die früher oft starben, wollte man im Himmel sichern, anstatt sie der Liebe Gottes anzubefehlen. Es ist ein tiefes Zeichen von Unglauben und Götzendienst. Babys sind wie Kinder einfach noch nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Sie kennen Gut und Böse erst ab einem gewissen Alter. Gott richtet den Menschen nach seinen Werken, aber Voraussetzung ist, dass der Mensch in der Lage war, sein Tun zu bewerten. Wenn der Mensch die Gnade und Strenge Gottes nicht kennt, dann versucht er, Gott auszutricksen mit einem Glauben, der keiner ist, mit einer Taufe, die keiner ist, mit einem Bibelfers aus dem Kontext gerissen. Menschen, die Gott den Arm umdrehen wollen, weil sie für sich und andere eine Sicherheit wollen, die Gott gar nicht geben will. Der beleidigt Gott. Er macht Dinge wie Glaube oder Taufe zum Retter. Er nutzt Bibelferse, um statt nachzufolgen, sich auch in der Sünde gerettet zu fühlen. Menschen lästern Gott, wenn sie sein Wort so verdrehen, dass das Bild von Gott in eine Religion passt. Gott planbar ist wie ein Automat. Ich bin heute noch schockiert über die Konsequenz des gotteslästerlichen Denkens, was ich einmal auf einer Beerdigung hörte. Herr sowieso wurde als Kind getauft und als Jugendlicher konfirmiert und ist jetzt im Himmel bei Gott. Der Pastor will die Menschen trösten. Dabei lügt er, verdreht die Schrift und täuscht die Zuhörer, dass es in der evangelischen Kirche super einfach ist, in den Himmel zu kommen. Die Kritik an der Babytaufe ist fast so alt wie die Babytaufe. Niemand kann sagen, dass er noch niemals davon gehört hat, dass die Babytaufe ein Aberglaube ist. Vor 500 Jahren haben Menschen klarer, als es heute gesagt wird, die Babytaufe klar verworfen. Auch Luther hat öffentlich die Babytaufe kritisiert und sie dann später als Machtinstrument trotzdem hin weitergeführt. Warum? Die Babytaufe ist die heilige Kuh der Staatskirche. Du darfst doch heute als Pastor fast jede Sünde tun und wirst nicht bestraft. Wenn du aber die Wahrheit über die Babytaufe sagst, verlierst du deine Arbeitsstelle. Die Täufer waren bereit, ihr Leben zu opfern, gequält zu werden, im Gefängnis zu sitzen, in bitterster Armut zu sitzen. Sie liebten die Wahrheit und haben dafür einen hohen Preis bezahlt. Und die Pastoren und Kirchen bekämpften die Täufer auf das Übelste, obwohl sie sich damit ganz klar auf die Seite Satans stellten. Jedem war klar, dass die Staatskirchen komplett die Kirche Satans war und ist. Jesus sagte, dass der Weg schmal ist und wenige empfinden, das Staatskirchenwesen macht den Weg breit und einfach. Und das ist der Weg, der in die Hölle führt, weil dieser Weg nicht in die Nachfolge Jesu führt. Es gibt keine biblische Begründung für die Babytaufe. Es gibt nur den Willen zur Macht, der Pastoren und die Kirche antreibt, Staatskirche zu bleiben und dafür müssen die Menschen mit einer falschen Taufe belogen werden. Das Personal sind Diener Satans. Die Täufer haben die Wahrheit herausgefunden und verbreitet und man kann erkennen, wie die Kirche mit Ausrottung der Täufer der Wahrheit entgegenstand. Der Umgang der Kirche mit den Täufern würde reichen, dass Olaf Latzel erkennen müsste, dass die Wahrheit auf Seiten der Täufer war und nicht auf Seiten der Kirche. Minute 6 Es wird wiederum ein Allerweltsglaube vertreten, den jeder einfach so hart auf dem breiten Weg, der dann leider nicht ist. Minute 7 Minute 8 Willkür und Vielfalt wird verteidigt. Dabei hat das Apostelkonzil ganz klare, eindeutige Ergebnisse hervorgebracht. Minute 17 Obwohl Olaf Latzel alles weiß, hält er an der offensichtlichen Lüge Satans fest. Minute 18 Ende Teil 1 21 21 21 21 22 21 21 Untertitelung des ZDF, 2020